17. März 1964 Noch am selben Tag zog ich wieder in meine kleine Wohnung, denn ich hatte wegen der Winterkälte einige Monate bei einer meiner Töchter verbracht. Jetzt, da ich im Begriff war, die Freude meiner stillen Einsiedelei zu genießen, öffnete sich plötzlich die Tür. Ich schaute hinaus, und in diesem Augenblick verspürte ich die Gegenwart des Bösen. Grinsend sagte er zu mir. Ich will mich nur umschauen bei dir, wir wissen, was du machst. Er sprach kein weiteres Wort. Über seine Wortkalkheit war ich erstaunt, sonst quälte er mich stundenlang. Aber jetzt konnte er es nicht, weil er seiner Macht beraubt geblendet wurde. Er stand nur in meiner Nähe. Seiner teuflischen Macht beraubt, musste er hier neben mir verweilen. Nicht wahr, du hast keine Macht, deshalb kannst du mir nichts antun? Als er mich nämlich einmal geschlagen hatte, versprach die heiligste Jungfrau. Das darf er nicht mehr tun. Auf seine Frage hin, antwortete ich jetzt. Was ich in meiner stillen Einsamkeit tun werde, jetzt habe ich mehr Gelegenheit, Gott anzubeten. Ich will ihm noch mehr dienen, auch anstelle jener, die du von diesem Weg abgebracht hast. Mag es dir noch so unbequem sein, dies zu hören, aber ich sühne für die vielen Beleidigungen, die ich durch deinen schädlichen Einfluss begangen und womit ich seine unendliche Majestät, dem barmherzigen Gott, beleidigt habe. Er ist in seiner Barmherzigkeit bereit, einem jeden ruhigen Sünder zu verzeihen. Wenn du deinen empörend großen Stolz ablegen, Gottes Majestät anerkennen und deine Bosheit bereuen würdest, würde er auch dir vergeben. Da aber dein dummer Stolz dich davon abhält, musst du büßen. Aber auch für dich kommt bald die Zeit, dass du deiner Macht beraubt geblendet sein wirst. Machst du dies noch so ungehörn? Das wird doch eintreffen. Du tust mir sehr leid. Der Böse war gezwungen, meine Antwort anzuhören und litt dabei in seiner Unbeholfenheit. Der Herr Jesus ließ mich das Unbehagen des gedemütigten Bösen nachempfinden. Dann verschwand er unbemerkt. Weder seine Gegenwart noch sein Verschwinden weckten ihm ihr Angst. Der Herr war anwesend und der Böse musste dies gespürt haben. Danach sprach der Herr Jesus Und jetzt versenken wir uns in die süße Einsamkeit. Unsere Gedanken seien eins. Unsere Hände sammeln gemeinsam. Unsere Herzen schlagen gemeinsam. Und so gehen wir zur Ruhe. Und dann gehen wir nach. gems schlagen schlagen nach und die die und die Vielen Dank.